Hier präsentieren wir die 5 besten Kreisregner-Favoriten im Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Gardena Kampfert Kreisregner Mambo? Wie der kubanische Tanz, nachdem dieser fantastische Runde Sprinkler genannt wird, versteht dieses Werkzeug rhythmische Aktivitäten und lässt auch das Wasser in Deinem Hof tanzen. Mit Hilfe der rotierenden Genauigkeitsdüsenköpfe kann die bevorzugte Position separat identifiziert werden. Kleine Standorte mit einer Größe von nur 3 Metern können ähnlich wie mittelgroße und auch riesige Flächen besprengt werden. Mit einem ebenfalls hohen Wasserdruck schafft der Kampfert-Rundregner Mambo sogar eine Sprengstelle mit einer Größe von bis zu 20 Metern, was einer Fläche von hervorragenden 310 Quadratmetern entspricht. Aufgrund der genauen Ausrichtung der Düsen auf die 3 Rasensprengarme ändert das Werkzeug seinen Explosionsabstand. Nummer 4. Gesentur Rasensprenger Automatische 360 Drehbar Gartensprinkler System Die Gesentur Sprinkler Anlage enthält eine Basis sowie einen 3-armelten Rasenregner, der 360 O drehen kann. Es besteht aus hochwertigem Abdominalmuskelkunststoff sowie hat zwei Glieder eine für den Wassereinlass und auch eine Sekunde, um einen weiteren Rasensprinkler zu verbinden. Mit ausreichend Wasserdruck können Sie zahlreiche Sprinkler in Serie verbinden. Es bewässert eine Fläche von ca. 80 Quadratmetern, indem es das Wasser mit viel Kraft und auch schnellen Rotationsaktivitäten dispergiert. Jede kleine Sache, die Sie benötigen, ist im Verbreitungsspektrum enthalten. Legen Sie den 3-Armsprinkler auf die Basis und verbinden Sie den runden Rasenregner mit dem schnellen Portaladapter an das Gartenrohr. Der Bereich kann durch die einströmende Wassermenge gesteuert werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Gardena Classic Sprühregner Fox Der Gardena Standard Sprührasensprinkler Fox sticht mit seiner Spitzenrate heraus. Es wurde für die gezielte Bewässerung der kleinsten Standorte eingerichtet und ist daher optimal für den vorderen Rasen, kleine Terrassenhaushöfe, Blumenbeter oder Übersatt im Rasen. Der Runde Rasenregner ist sicher auf einer Spitze installiert und wird einfach direkt in den Boden an der gewünschten Stelle platziert. Wenn Sie eine Reihe von Standorten bewässern möchten, können Sie die Standorte schnell und ohne Aufwand ändern. Der Sprührasensprinkler Fox hat ein sehr einfaches Gerüst. Die Sprühbreite kann durch eine Verringerung des Wasserdrucks leicht verringert werden. So können Sie die kleinsten Flächen gezielt und auch bezahlbar bewässern. Die optimale Sprühbreite beträgt 5,5 Meter in einer Anleitung. Nummer 2. Bodenregner verschleißfrei Alu Dieser robuste Bodenregner arbeitet nach einem bewährten Konzept. Das Design regnet das einströmende Wasser nicht mechanisch, sondern aerodynamisch. Das Wasser wird tangenzial eingespeist und auch im Inneren des Herausforderers mittels Kegelns beschleunigt. Dies gibt ihm einen effektiven höheren Impuls. Der Rasensprenger verteilt das Wasser flach über den Boden in der besten Abnahmedimension. Während viele andere Rasenregner ein fortschrittliches System mit einer großen Anzahl von Knöpfen sowie beweglichen Teilen haben, ist der Bodenbelagsregner von Noble layout Dessau extrem einfach und damit auch ein intelligentes Mittel zur Bewässerung des Hofes. Im Gegensatz zu vielen anderen Gadgets ist es nicht anfällig für Fehler, funktioniert aber immer genau, für mehrere, viele ja. Und die Nummer 1 unserer Liste. CL Garden Rasensprenger RS 3. Sind Sie auf der Suche nach einem festen und auch langlebigen Rasensprinkler, der größere Standorte mühelos bewässern kann? Der rotierende Rasenregner CL Garden RS 3 ist für Sie gemacht. Mit einem zweistufigen System wässert er die Nähe und auch die viel Reichweite seriös und kann auch, wie für großes Spray oder stärker gefordert. Der Bewässerungsabstand kann speziell an Ihren Garten angepasst werden. Nicht jeder Freizeitgärtner ist begeistert von den verschiedenen farbigen Kunststoffsprinklern, die in der Mitte des Grases angeboten werden. Diejenigen, die einen modischen Hof schätzen, verzichten gerne auf leuchtend Orange sowie leuchtend Gelb in ihrem umweltfreundlichen Teppichboden. Diese Rasenregner von CL Garden ist herrlich profiliert. Es enthält festen Stahl und ist daher auch fast unzerstörbar. Im Gegensatz zu vielen Kunststoffrasensprinklern kann auch jahrelanger Einsatz im Freien nicht schaden. Das Produkt kommt nicht spröde und bricht nicht. Für mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.